Was ist eine hemiplegische Migräne? Eine hemiplegische Migräne wird als seltene genetisch bedingte Form der Migräne angesehen. Diejenigen, die an hemiplegischer Migräne leiden, erleben nicht nur die traditionellen Symptome, die eine Migräne auslöst, sondern auch zusätzliche Symptome, die die mit einem Schlaganfall verbundenen Symptome nachahmen können. Die Behandlung dieses angeborenen Zustands ist im Allgemeinen zweifach und besteht aus präventiven Medikamenten, die langfristig verschrieben werden, und akuten Medikamenten, die während schwerer Episoden verabreicht werden. Das Auftreten eines Migränekopfschmerzes wird als komplexe Erkrankung betrachtet und wird in der Regel durch Warnzeichen eingeleitet. Bei Personen, die an Migräne leiden, kann es zu Veränderungen kommen, die das Hören, Sehen und Sprechen beeinflussen. Diejenigen, die Symptome haben, die mit Migräne mit Auren verbunden sind, leiden in der Regel stärker an Sehstörungen. Bei Personen mit hemiplegischer Migräne können die Anzeichen und Symptome schwächender sein, was zu einem allgemeinen Mangel an Koordination und Kontrolle führt. Während schwerer Episoden kann die Person vorübergehend an einer Seite ihres Körpers gelähmt sein. Obwohl die Symptome der hemiplegischen Migräne recht intensiv sein können, besteht zum Glück kein permanenter neurologischer oder physischer Schaden. Die Manifestation der Symptome hängt von der Person ab und kann von Episode zu Episode variieren. Diejenigen, die unter einer hemiplegischen Migräne leiden, können Symptome zeigen, die starke Schmerzen auf einer Seite des Kopfes, beeinträchtigte Sprache und Schwindel umfassen können. Zusätzliche Symptome, die auf einer Episode hindeuten, können auch Verwirrung, sensorische Sensibilität und mangelnde Koordination umfassen. Die Manifestation der Symptome kann allmählich sein und möglicherweise eine Stunde oder mehrere Tage andauern. Personen, bei denen Symptome auftreten, die auf eine hemiplegische Migräne hindeuten, können verschiedenen Tests unterzogen werden, um eine Diagnose zu bestätigen. Gentests sind seit 2006 verfügbar und stellen eine relativ neue Möglichkeit dar, um festzustellen, ob eine Person die genetische Mutation besitzt, die mit hemiplegischen Migräne assoziiert ist. Diejenigen, deren Gentests die Existenz der Mutation bestätigen, werden mit familiärer hemiplegischer Migräne diagnostiziert. Personen, deren Testergebnisse negativ sind, werden mit sporadischer hemiplegischer Migräne diagnostiziert. Eine umfassende körperliche Untersuchung wird in der Regel zusammen mit der Analyse einer vollständigen Krankengeschichte durchgeführt. Da Symptome, die mit dieser Form der Migräne assoziiert sind, diejenigen im Zusammenhang mit einem Schlaganfall imitieren können, können zusätzliche Tests, wie ZB-Magnetresonant-Tomografie oder eine Computertomografie durchgeführt werden. Zusätzliche Tests können Bewertungen der Blutgefäße, der Halsschlagader und des Herzens umfassen, um irgendwelche sekundären Zustände wie ein Blutgerinnsel auszuschließen. Prävention ist der erste Schritt bei der Behandlung von hemiplegischer Migräne. Personen, die eine bestätigte Diagnose erhalten, müssen sich unbedingt über die Krankheit und die Rolle der Behandlung bei der Behandlung von Symptomen informieren. Ein Antikonvulsivum, ein Calcium-Glocka oder andere Ergänzungen können empfohlen werden, um das Wiederauftreten der Episode und den Schweregrad zu reduzieren. Akute Episoden können mit nichtstaordalen Antiblogistika, Betäubungsmitteln, Analgetika und Medikamenten gegen Übelkeit behandelt werden, um die Symptome zu lindern. Bei schweren Episoden kann die intravenöse Verabreichung von Magnesiumsulfat, Verapamil oder Walbräunsäure erforderlich sein.